So, da sind wir nochmal zurück zu RKS, beziehungsweise Rosenkreuzfilette, soll ich eher sagen. Mein Name ist Leifos und ja, wir wollen nochmal kurz gucken. Er lügt, das Spiel heißt Rx. So heißt das Spiel. Rx. Hat er doch gesagt, RKS und dann Rosenkreuzfilette. Genau. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal versuchen zu zeigen, was passiert, wenn man die Kombination macht, wenn das dann funktioniert. Muskeln. Will nicht gerade? Ich glaube, das war ein Bildschirm vorher, wo das dann halt noch animiert ist und so. Ja, ganz... Also du hast da ein kurzes Zeitbett dafür. Ja, wenn du das Spiel öffnest, dann ist so ein schwarzer Bildschirm und so ein bisschen schwebt. Oh, schön, das... Schön, das hast du gesagt. Oh, ey, wie soll man denn das in der so kurzen Zeit schaffen, will? Das ist ja das Spiel. Ich muss das auch mehrmals machen, bevor ich... ähm, Kreuzfeld, wo das Spiel konnte. Das ist gebrochen. Macht egal. Gut, dann machen wir das eben nochmal. Ein Moment, der sich in den kurzen Blackscreen in dem Fall haben. Ist mir gerade jetzt egal, aber... Aber ich versuch's halt jetzt nochmal. Darf du mich raus schneiden, muss drin bleiben. Nee, ich werd den Screen, werd ich definitiv raus schneiden. Ja, aber... Das kann eben gerade, ey, der muss drin bleiben. Nein, nein, der, der werd nicht rausgeschnitten, keine Sorge. Aber, wie gesagt, nur der Blackscreen, der wird jetzt grad... Nicht da sein. Einmal, zwei... Bei Kellen gibt's auch so ne Kombi, aber der ist ein bisschen länger. Ich hab's tatsächlich gerade hinbekommen, ich hab's gerade gehört. Was hast du denn gehört? Irgend so n... Was auch immer. Ich hab's tatsächlich freigeschaltet. Ich hoffe, dass sie sich auch... Möchtest du mal ein bisschen antesten? Er muss es aufnehmen, er muss es aufnehmen. Nimm's auf! Hm, ich hab's ja... Ich hab ja schon die Aufnahme drin. Läuft die Aufnahme, okay, perfekt. Mach ich das? Mach ich das nicht? Ja, teste es an und nimm Groller-Stretch. Genau. Ja, gut. Wehe, wehe, man Spoiler geht's. Arcade-Mode oder... Egal. Ist egal, dass du jetzt sowieso nur am Testen... Arcade-Mode ist dann ohne Blabla. Also, das kannst du dann ja beim richtigen Spiel nehmen, wenn du es nochmal spielst. Nimm Groller, Groller! Nimm das rechte Fragezeichen. Kann das bloß sein. Es ist bestimmt Simon, gegen den wir jetzt betteln müssen. Fragezeichen. Simon, hast du dich aber verändert? Da bin ich ganz anders in Erinnerung. Unbekannt. What the actually fuck? Was glaubst du, warum Scrawl-Schwert heißt? Du kannst übrigens dashen. Ich bin ganz anders. Bei mir war... Äh. Wirst du mit L sein. Aber unterschätze tatsächlich, da geht Groller ab und schmerzt Katze. Und wird unkontrolliert. Äh, hast du schon mal Mega Man X gespielt? Oder Zero? Ja, gut, Zero habe ich schon mal gespielt. Ja. Dann Zero passt ganz gut. Ja. Die hat einen guten... Der Skate ist echt extrem gut, das muss ich zugeben. Man kann das Schwert auch aufladen. Kennt er den Dashsprung? Kennen vielleicht, aber man kann, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, den Dashsprung kenne ich. Also, Groller ist genauso wie Zero. Aber ich sag's dir gleich, mit Groller sind einige Bosse echt Abfuck. Und Groller kriegt keine Waffen. Okay. Alles graue und Schwert-Oni. Und deswegen fand ich ein Spära. Und Lilia, so, übrigens, sie kann die Wände hochklippern. Erinnerst du dich noch an diese komische Wand? Ja. Nahkampf. Weißt du, was noch schlimmer ist? Und Abschleppern. Ich glaube, ich ging da zwei Videos anhanden. Ich weiß nicht, warum ich das als 50 Abos-Masche gemacht habe, Forst. Nein, weiß ich nicht, warum. Das ist ein herausfordernd. Komm, du musst wenigstens bis zum Boss kommen. Das muss hier noch in dem Let's Play drin sein. Gut, den Boss wirst du sowieso nicht schaffen, weil er bockst schwer ist. Alles im Nahkant. Oh, Spie, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich hier ganz hoff- Oh, mein fucking Gott. Warum lädst du den Schlag nicht auf? Weil ich den nicht- Ich brauch mich nicht aufladen gerade. Aber dadurch hast du ein bisschen Reichweite. Das kann sogar ziemlich praktisch sein, zum Beispiel in so Dämonen wie von gerade eben. Übrigens im Freudenstachel gibt es auch so einen Modus. Okay. Jetzt überlegen mal, Simon hat den Weiß-Silber-Modus-Size, der da nämlich auch mit so einer Dash-Figur gemacht hat. Das komplette Spiel ohne einen einzigen Schaden zu bekommen. Okay. Klettert da oben hin. Das ist krass. Das hat er sogar hochgeladen, was ich. Das ganze Spiel. No Hit. Das ist krank. Das ist so krank. Keinem Menschen, den ich kenne, kann das nachmachen. Du musst bedenken. Weiß-Weiß-Silber oder... Ja gut. Weiß-Silber sowieso, aber Freudenstachel ist ein so viel beschwerer als dieser Teil. Ich versuch's einfach mal. Zumindest zum Boss zu kommen. Zumindest Geschmackssache. Für mich ist Freudenstachel um einiges schwerer als das sie. Zumindest No Death. Läufe ich einfach mal die ganze Zeit Energie bekommen? Was habe ich da auskühlen die ganze Zeit geflucht, als ich immer wieder gestorben bin? Ich habe Zweifel bis zum Leben nicht mehr. Ich bin, glaube ich, fast ein Jahr ein No Death Run Versuch. So wie bei Donkey Kong Country. Wenn du es nicht schaffen solltest, kann ich dir ja spoilern, wer der Boss hier ist. Ich finde es toll, dass im Menü Collar Stage Musik läuft. Die Musik ist einfach nicht geil gerade. Deswegen ja. Das zählt auch zu den drei besten Liedern im Spiel. Dem Graf Separating States 1 und 3. Die ist sterben. Nein! Und du will die Kuh! Verdammt! Du bist wieder nicht hochgesprungen. Gut, soll ich hier spoilern, wer der Boss will... Nein! Zumindest noch versuchen. Da bin ich jetzt gerade ehrgeizig, Wolf. Okay, nochmal. Da bin ich jetzt gerade ehrgeizig. Das will ich versuchen. Nochmal die Prozedur. Das mindestens noch eine halbe Stunde dauert, bis du bei Boss bist. Das ist mir egal. Das will ich zumindest noch zeigen. Und ich habe dich ja eben gar nicht mal so dumm angestellt. Das war ein bisschen zu knapp gerade. Wenn man bedenkt, bei meiner allerersten AKS-Aufnahme, damals noch blind, da bin ich im ersten Loch gestorben. Das war noch Zeit. Ich bin zuerst in Collar Stage gegangen, das erste Loch gleich tot. Ach, das war noch herrlich. Ich dachte nix hat ein neues Profitbild. Wo? Echt? Ja, hohe Wurzel. YouTube, Skype. Skype. Hat nicht mehr sein Kopf. Nee, jetzt ist es der echte Kopf. Äh, ich sehe noch den Kopf. Das muss dich vielleicht aktualisieren, aber habe ich jetzt keinen Druck, das Ganze schließen. So, und das, bis hier bin ich los. Danke für die Energie. Ich bin gespannt, da hat nichts Mega-Mari gehabt. Ich werde vielleicht eine Zeit lang dran sitzen, aber schaffen. Ich gebe es bestimmt. Nein! Wie gesagt, ich hätte ihm auch ein richtiges Abfuck-Spiel geben können. Aber ich habe ein Mega-Mari gegeben, weil ich daran glaube, dass er schafft. Hi. Hallöchen. Ist der, ist der, ist der, ist der, ist der, ist der. Ah, da ist er ja doch noch. Das kommt ja gerade noch zum letzten Atemzug. Ich habe deine letzte Sprachnachricht mal vorgespielt, den anderen, damit sie auf dem aktuellen Start sind. Ja, ich musste jetzt mal testen, ob alles wieder funktioniert, so wie es einigermaßen funktionieren soll. Okay, ich finde es uns zufrieden, aber es ist ungewohnt, der Ton. Aber ich will dich auch mal verstehen. Was sagst du? Aber vielleicht bin ich einfach nur von, wenn du sehr von WhatsApp vielleicht gewohntest, dann für mich deswegen anders klingt. Falsch. Ja. Ja, du siehst, wir haben gerade von Mega-Mari gesprochen und schon traut er auf. Ja. Hast du Bock, Mega-Mari zu drucken heute? So, und Force hat gerade angefangen mit dem Gräu-Schwert-Modus und wenigstens auch, äh. Nee, ich frage ihn nicht. Gräu-Schwert-Modus-Only spielen. Äh, gut, ich hab Denk-Safa, äh, äh, Force-Denk-Safa benutzen. Hast du da gesagt? Ja, nix, nur mit Gästen. Ja, und jetzt sind gerade mehr als genug Gäste da. Und jetzt ist es einer mehr. Oh, es ist sowieso gleich, ähm, fertig mit der Aufnahme hier. Wer will nur den Boss sehen und will nur vom Boss zerfliegt werden. Ich weiß, wer schaffe ich ihn. Wer weiß, wer schaffe ich ihn sogar. Auf keinen Fall. Ich denke, das Force sterben wird beim Boss Game Over und dann... Das wird sich zeigen. Ich muss erst mal gucken, ob mein Passwort bei Mega-Mari noch funktioniert oder nicht. Beziehungsweise... Ach, es wird schon funktionieren. Ich muss erst mal gucken, wo ich das Spiel jetzt hingetan habe. Auf welchen Ordner und Festplatte und so. Ich muss ja alles irgendwie ein bisschen safen. Insgeheim wünsche ich, dass ich nein. Was? Äh, hat Force eigentlich schon mal den Workshop benutzt? Ich glaube, ja, ne? Ja. Guck mal, wer jetzt kommt. Viel Spaß beim Zerpflückt werden. Ach, du heilige Scheiße. Und die hat auch ein Hundelie. Und sie verwendet Warten. Und ich glaube, sie verwendet einen E-Tank. Ja. Du hast null Chance. Moment. Ich hab ja, Gott sei Dank, auch ein Leben. Ich verliess trotzdem mal. Sie verwendet Warten, sie verwendet Lili, sie verwendet E-Tanks. Aber ich glaube, den Tank benutzt sie nur, wenn er einen Tank benutzt. Echt? Das heißt, ich hab eine Chance gegen sie. Ähm, nee. Ohne Übung hast du keine Chance gegen sie. Gar nicht so, ich spreche die Wahrheit. Ich kann einige Leute auch ganz gut einschätzen. Oh, fuck, die hat auch sowas drauf. Natürlich. Ich kann alles, was du konntest. Da bin ich jetzt hartnäckig. Und das heißt, das meiste davon gleichzeitig. Hast du das jetzt weiter genannt, was du jetzt ziehen, oder wie? Nee, das Passwort habe ich ja, darum geht's ja nicht. Ach so. Ich muss gucken, ob er das dann einfach so wieder annimmt, oder ob er, ob das am Safe stand oder so lag. Muss ich mal gucken. Und ich hoffe, dass ich... Nee, nee, das Passwort nimmt an, weil du musst bedenken, es ist ja ein Megaman-Klon. Und die Megaman-Klon-Spiele, oder generell die Megaman-Spiele, orientieren sich nicht nach Save-Punkten, sondern nach Passwörtern. Ja, deswegen gibt es die ja auch. Deswegen kannst du da unbesorgt sein. Das Bayaka ist genau dasselbe. So. Wenn es einen separaten Safe-Infobere, zum Beispiel sowas, wie war Planskip Turment, dann wirst... Das war jetzt dumm. War das? Das Pass? Das war dumm gerade, was ich gemacht habe. Ich werde mir an deiner Stelle im Kopf behalten, dass du an der Wand in Pflanz leiden kannst. Das Montage sage ich dir lieber nicht, weil... Dass ich die Grohler zum ersten Mal gespielt habe, da bin ich mit dem Dash ausgerastet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und natürlich können da sehr leicht Fehler passieren. Ich erinnere mich, der Dash ist ein zweiständiges Schwert. Ja, einerseits geil, man kommt schnell voran, aber andererseits wird sie dann fast unkontrollierbar. Und man liegt schneller in der Grube, als man weckt. Grohler in der Grube, Sarsonschli! Sarsonschli! Ja, riskiert's! Und schafft das, dann kann ich. Sehr schön, genau da muss auch der Gegner am Weg sein. Nee, dann mach ich gleich nochmal einen kurzen Game-Oper. Mit dem Leben schaff ich das garantiert nicht. Du schaffst das auch so wahrscheinlich nicht. Ohne einen Sub, ohne einen U-Tank. Wolf, du hast gerade gesehen, dass sie fast down war. Das hast du genau gesehen, ich werd das auch noch schaffen. Du kannst das schaffen mit einem kleinen Tipp, den ich dir jetzt geben werde. Du kannst Lily abwehren. Was kann ich abwehren? Lily. Ich kann Lily abwehren? Wie? Ja, wenn sie auf dich zugeflogen kommt, musst du sie nur schlagen. Okay. Weil da dreht sie gleich wieder um. Interessant, gut zu wissen. Was sind denn nur die Patchouli-Stages, das hast du nicht. Hm. Du hast sagt da. Danach ist es geschafft. Da bin ich sauer, aber da bin ich jetzt wirklich ehrgeizig. Na ja, die erste Patchouli-Stage ist nur... Ähm. In der ersten Patchouli-Stage sind zwei Teile schwer. Wobei der zweite Teil eigentlich nicht so schwer ist. Der ist mit mir überhaupt nicht so bekommen. Und der Boss. Ist kacke. Der ist das Schwerste, man sich nicht. Dann die zweite Patchouli-Stage war nicht so schwer. Die dritte war, glaube ich, auch nicht so schwer. Ne, Moment. Die dritte war überhaupt nicht schwer. Die vierte war überhaupt nicht schwer. Ähm. Ist ja auch No-Dev schaffbar. Schon klar. Nö. Ist es auch. Du von Simon haben es gewiesen. Du bist der Nächste, wer die No-Dev macht. Ja, wenn Ost... Wenn Ostern und Weihnachten, äh, auf einen Tag fallen. Das wäre doch geil. Ähm. Ne, ich spreche jetzt mal aus deiner Sicht. Aus deiner Sicht wäre, ähm... Die erste Patchouli-Stage mit Boss schwer. Du wirst wahrscheinlich am längsten dranhängen. Die zweite... Geht so. Die dritte... Stage einfach, Boss. Ähm. Knirflig, aber nicht schwer. Okay. Vierte... Ähm. Ist die Stage. Knirflig, aber nicht schwer. Und der Boss. Einfach. Und die Grade-8. Ja gut, die Grade-8, das ist am ranzigsten dran. Äh, nanananananan. Wie wär's mit Bobolo 3? Hat nix. Ja, ja. Weil ich ja auch süffelang weiterhabe. Ja gut, und nach der Grade-8 ist eigentlich nicht einfach. Weil da kommt... Weil da kommt Patchouli, die ist sehr, sehr... Einfach da und sie bekommt mit der richtigen Waffe. Und die reihe an das Sieg. Ey, ich bin ja zumindest froh, dass jetzt erst mal, äh... 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 Das ist halbwegs bei mir hier wieder alles läuft. Ich muss jetzt mal gucken. Guck mal hin, du hast einen Multinumber Line geschafft. Ja gut, aber, äh... Also im Vergleich zu Mega-Mari war das ja sogar gar nicht mal so schwierig. So, wo kann ich jetzt meine Aufnahmetaste ändern? Oh, ist das ein Scheiß. Was hast du gegen Ovalo 3? Ich meine, Ovalo 3 ist echt nicht schwierig. Das... Hab ich ja... Ovalo 3 ist auch nicht schwer. Ja, das ist aber auch nicht. Der ganz normale Run, den wir... Also, den wir alle gemacht haben, der ist nicht schwer. Das stimmt, ja. Das Spiel ist locker machbar. Ja. Der Original-Mode, den weiß ich nicht. Der Schwierer kommt erst noch. Und der Hard-Mode, der wird so richtig knacken. Okay. Yes, das war ja. Glaub mir, wenn du den Hard-Mode machen müsstest... Wow, du würdest mich so verfluchen. Ach, ja. Aber Drachnix kann ja mal eine Runde Kind-Instinkt zocken. Schauen wir mal, wie weiter kommt. Ich könnte so vieles machen. Du musst das nicht jetzt spielen, einfach nur so ein... Ach, das wäre so ein Nets-Video. Ich bezweifle sowieso, dass du innerhalb von... einer Stunde den letzten Boss platt machst. Das ist total unmöglich. Und wenn du keine Moves kannst, dann wirst du wahrscheinlich... schützt dich in einem Monat in mich saufen. Okay. Ach, Mann. Nee, ich bin jetzt gerade nicht deswegen am rumrätseln. Irgendwie... Ja, ich weiß, wegen der Aufnahme... Nee, ich hab mal gerade bei Bandicam gestartet, weil damit kann ich ja auch Skype aufnehmen. Aber irgendwie hat er jetzt hier zerhackt, stückelt in die ganze Aufnahme irgendwie, interessanterweise. Bandicam in der Sprachnachricht halt verstanden. Mit einem Manicam. Mädelcam. Mädchencam. So. Ach so, nee, jetzt weiß ich warum. Okay, verstehe. Ich röpste zackstückelt die Aufnahme ja auch. Nee, nee, ich weiß warum, weil er die Auflösung anscheinend bei Skype... Kommt auf die Einstellung an, Wolf. Das ist ein zackstück, die Aufnahme nicht unbedingt. Ja, ähm... Kannst du einstellen, dass er bei Vigilabest oder nicht? Das kannst du umstellen. Ja, schon, aber... Bei mir ist es zwar so, dass er komplette Aufnahmen macht, aber sowas wie bei Worms, dass wenn einmal kurz ein Bildschirmwechsel ist, dann... Ja, das ist wegen dem Bildschirmwechsel. Das ist halt so. Wenn der Bildschirm verschwindet, dann beendet sich Fraps. Musst du halt dann nochmal starten. Nee, ich nehm dauerhaft auf, aber es ist so... Ja, dass automatisch eine zweite Aufnahme gestartet wird. Ach, Mann, ey! Wenn sie mal springen würde! Sie macht gerade gar nichts mehr, ey! Komm schon! Ich hab dir gesagt, dass Berit sehr schwer ist. Sie ist eigentlich nicht schwer. Aber das Problem war wirklich... Also ich würde empfehlen, dass du erst mal andere Gegner glatt machst und dann versuchst du irgendwie mit... Na, obwohl du kriegst ja gar keine Waffe, wenn du grad sollen. Ja, aber die Tanks bekommen da. Hm, aber heiße ich dich doch auch. Nur wenn ich's benutze. Eines hat Scarecrow nicht gesagt in Silent Hill. Hm, was denn? Es gibt ein schlechtes Ending. Aha. Das kann man ziemlich schnell erreichen. Ich hab aber keinen Bock auf schlechtes Ending. Und dich eben auch schlechtes Ending machen kann, aber nee. Man muss irgendwo in einer Stelle ein anderes Gebäude reinzwischen durch. Aber das hab ich bisher auch noch nicht geschafft. Aha. Nicht, dass ich jetzt versichtlich das schlechte Ende bekomme, dass wir kacke. Dann ist es halt, äh, muss zusammen mit Leben. Ich hab besser im Rücken. Und das ist ein Google-Fahr. Ah, ich schau jetzt mal rein, Silent Hill. Schlechte Sende. Ach, so meinst du hier? Du stehst jetzt auch unter YouTuber. Über mir. Bei dem Alphabet halt drüber stehst, ne? Das hat geklappt. Das haben sie mal einen zweiten Zentel besser gemacht mit den Endings. Gute Sende, gute Sende, schlechte Sende. Ernsthaft von der Schlange. Ich krieg die Krise. Mach dir nichts draus, ich auch. Ich glaube nicht, dass du das schon mal gemacht hast. Nein. Aber ich bin grad am... Mich am rumärgern, dass er das nicht alles so aufnimmt, wie ich das gerne haben möchte. Na gut. Das dürfte... Warum einfach... Boah, grad noch. Das war jetzt knapp. Was? Scheiß nicht, aber... Ich hab genießt. Ach so. Gesundheit. Das war jetzt richtig knapp. Weil ich grad... Aber vielleicht kannst du ja die Gewandsprünge im Kampf nutzen, um Schützen auszuweichen oder... über Lili rüberzuspringen. Über Lili kann man nicht drüber springen, weil... verfolgt dann... zu und so. Otto... Warum kann die nicht auch noch hoch springen, die blöde Kuh? Warum? Die kann päschen und ist sauschnell und saustark und morgen kann die das und das. Warum ist sich armen und schwarzenegger und zerstört alles. Sie kann lautlich weit springen vergleichen zu... Spirizia... Ja. Wie schnell, wie wohl schon sagte. Und sie kann mit dem aufgeladenen schlafen und sich zuhauen. Dadurch hat sie auch eine größere Reichweite. Und sie kann aufgeladenen schlafen. Und sie hat eine schöne Haarfarbe. Ja. Oder Osu-Fahr? Das stimmt. Äh... Ja. Hat sie. Ich glaub, Osu's Haarfarbe ist mehr die von Vibrea. Hm. Rosa. Ich bin froh, dass der Force jetzt wieder stirbt. Also, wenn's so weitergeht, dann wird das mit Megamari nichts. Warum klappt das bei dir nicht? Nein, ähm... Der nimmt nicht... Also... Der nimmt nicht mein normales Audio auf irgendwie jetzt gerade. Frag mich nicht. Hast du auch noch andere Aufnahme bekommen, ne? Genau. Das hab ich, aber... Darum geht... Na gut, ähm... Müsste ich sowieso, äh... Mit Flaps aufnehmen. Davon mal abgesehen. Aber trotzdem ärgert mich das gerade. Dass das nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Komm, ich will doch nur diese eine fucking Aufgabe hier schaffen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich hab dir gesagt, dass es ist schwer. Ich hab dir schon... Ich hab dir schon... Ich hab dir schon Skyper eben fast tot gehabt. Ja, aber nur fast. Hast du es mit tot bekommen? Ich hab das mal ein bisschen mehr auf die Höhe. Ich hab ja das gemacht, was... Das gesagt wurde. Ich bin ja schon den Wandsprünge hochgegangen. Ich hab mir gesagt, dass du den Herd werden sollst, aber... Hab ich auch gemacht. Ja, trotzdem ist sie nicht so einfach. Du musst bedenken, das ist ja nicht mal noch die schlimme Phase, was sie macht. Sobald so eine Notsituation auftritt, verwendet sie Schwächen. Dann setzt die andere Waffe ein. Das musst du ja auch noch bedenken. Jetzt schiebt sie, glaube ich, den Lustatem. Das Klagehahnisch. Freudenstacken schiebt sie, glaube ich. Das musst du alles kalkulieren. Dann hilft dir so ein Wandsprung auch nicht mehr viel weiter. Ausgang verwendet Spirits ja, glaube ich, nur einen Wandsprung. Das heißt, du könntest ruhig mehrere mehr verwenden. Sie verwendet aber nur einen. Erstmal müsste ich gucken, dass ich hier durchkomme. Ich will das nur schaffen. Mehr will ich gar nicht. Ah! Ah, kriegst du schon hin. Ich weiß auch, dass du es hinkriegst, aber in welchem Zeitraum. Uff! Ja, wenn du jetzt Spirits ja gewesen wärst, dann wär's da gewesen. Das war wirklich extrem knapp gerade. Oh ja, das ist ein Koffein. Bei Fraps funktioniert jetzt alles so wie soll. Das ist schon mal schön. Übrigens, als Ausgleich dafür, dass Groller zu stark und schnell ist, bekommt sie, glaube ich, mehr Schaden an Spirits ja von dem Gegner. Sonst wär's ja overpowered. So. Okay. Man guckt, so ein einfacher Zombie, wie viel Schaden der macht. Ja, ich hab's gerade gesehen. Was eigentlich voll paradox ist, weil Groller trägt ja eine Rüstung und Spirits ja trägt keine Rüstung. Also er gibt irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, weil Spirits ja unter ihrem Kloster heute schon trägt. Vielleicht eine Titaniumplatte mit dicke Fette. Wie hab ich das gerade gesagt? Ohne... Das war ein... Das war knapp. Hm. Perfekt ohne Schaden zu nehmen. So. Du stirbst. So, du kleines Stück Scheiße. Dieses Mal bist du fällig. Wir werden sehen. Ich werd dich jetzt mal aufbauen. Du wirst den Kampf nicht bestimmen. Danke, Wolf. Du wirst echt nett. Ja, ich sag dir die Wahrheit. Gut, bei mir läuft jetzt wieder... Ich hab... Ich weiß jetzt, woran der Fehler war. Sehr schön. Was sollst du anstecken? Naja, lustigerweise... Ähm... Hab ich anscheinend jetzt ne... ne neuere Version von Bandicam und da muss ich jetzt einstellen, wenn ich meinen Windows-Sound über Kopfhörer hab, dass der auch den Kopfhörer-Sound aufnimmt. Sonst war's immer scheißegal. Oh, Mann. Na gut, ähm... Bei mir ist das etwas... Ich hab dich doch begeistert. Bei mir ist das etwas blöder, weil ich hab ja das Headset am Mikrofon befestigt. Wegen des kaputten Kabels. Und wenn ich's jetzt umstecken würde, werde ich wahrscheinlich nix mehr hören auf den Kopfhörern. Es ist auch das Problem, dass man so ein leichtes Echo hört. Da hat mich Katze heute auch schon drauf angesprochen. Und ich hab das ja auch selber schon gemerkt im Messe-Effekt. Das war nur noch vier Balken, das kann auch nicht wahr sein. Mich wunders, dass sie keine Special-Warten in die mich einsetzt. Wird ich's schon so kaputt pferzen können, aber irgendwie tut sie's nicht. So, erst mal anziehen hier. Vielleicht spielt seinen Graz-Pelizzer und will ihr Chancengleichheit lassen. Das ist der einzig logische Erklärung. Im Normalfall hätte sie jetzt... Achso, jetzt wird sie ja sein. Achso. So war das. Ja, jetzt geht sie ab. Aha. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ja, verstehst du warum das so Hartmut ist, ja? Ja, ja. Aber immerhin hab ich's einmal geschafft, sie runter zu klatschen. Das war schon mal... Wie war das? Du willst sie Gräuchschwert-Only machen? Naja. Auf jeden Fall, das war's jetzt definitiv. Ich wollte halt gesagt, mal sehen, ob ich das irgendwie krieg. Dass sie jetzt so ne Faser hat. Das sind meine Kreuzschwert-Only-Run. Ich mag zu bezweifeln, dass ich das schaffe. Dann gehen wir jetzt weiter zu Drachnix und wenn wir bei Megamarian feuern. Erst ich in Resi, jetzt du in Arkals und dann Drachnix in Megamarian. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Das war's jetzt wirklich mit Rosenkreuz-Stilette. Auch wenn es ein längerer Part jetzt geworden ist, das ist mir aber egal. Die Rosenpferd-Stilette. Man kann immerhin sagen, ich hab mich trotzdem gut geschlagen gerade. Naja. Auf jeden Fall, das war's von mir. Und ich kann auch noch sein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.